das geht gar nicht oh das nehme ich mal eine coole base grüße euch zur zweiten folge heute am dienstag ganz aktuell und die wird auch gar nicht so lang denn ja irgendwie gibt es es gibt zu wenig clans oder irgendwie sind supercell die clans ausgegangen keine ahnung kommen wir gleich zu ich wollte in jedem fall mal ein gegner machen die armee hier eignet sich übrigens wunderbar nicht nur für solche sachen hier die wir jetzt machen sondern auch so ein bisschen zum spenden also hast du mein yeti yeti blimp am start und ich muss jetzt mal eben mal kurz überlegen wie wir den eigentlich machen wollen ich denke mal wir machen den so wie wir ihn immer machen das ist ja immer noch die letzte spenden und und links der armee event armee die wir da hatten so dann müssen wir die einmal raus bringen und wir nehmen wir nehmen das teil mal daher wir kommen hier mal über ecke rein würde ich sagen denn der ort die begierde green wo geht wo gehen die queen wieder hin mann um mann um mann okay wo geht die queen wieder hin ist auch mal ist auch immer gut gesagt aber meine kobe es müssen gut rennen denn die setze ich jetzt mal hier rein und die setze ich jetzt mal hier einfach rein denn da sind irgendwo die gold lager und ich wollte das rad muss eigentlich gar nicht kriegen okay egal neben mit ist stand im weg okay stand im weg rum und mal gucken ob ich die jetzt gleich am ende noch mal so ein bisschen setzen kann hier hinten können wir die noch mal setzen und unsere royale championatin nicht zu vergessen wunderbar das sieht ganz gut aus wo ist denn eigentlich meine queen nach da okay die will ich auch nicht vergessen und jetzt habe ich natürlich auch schon so ein bisschen was gesetzt ha 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 ich habe was vergessen die minions ja 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 nicht dass wir gleich drei sterne haben und haben die minions hier vergessen das wäre ein wenig doof so kurz mal gefriest dort dass wir noch auf aber wir sind schon über die 70 prozent da das sieht gut aus okay hier fliegen auch ein paar mit also ein bisschen was müssen wir immer in den pass auch rein spielen aber wie gesagt wir gehen gleich mal rein und dann zeige ich euch was für einen tollen gegner gefunden haben ist man sagt mir nicht die machen wir auf drei hier das lager würde ich ganz gerne noch nehme ich glaube das reicht mir dann heute das lager würde ich ganz gerne noch nehmen und dann können wir die anderen beiden helden da lassen habe ich weiß gar nicht ob ich vielleicht noch ein drei sterne brauche an wir machen den mal wir machen die man nur auf zwei sterne aber wie gesagt die armee ist wirklich cool um so ein bisschen rumzufahren und so ein bisschen zu machen ich müsste ich muss jetzt aber gleich ein paar zk truppen bauen aber das was ich eigentlich sagen oder zeigen wollte unsere clansuche ist beendet es gibt nur fünf gegner es gibt nur fünf gegner beziehungsweise es gibt nur wir sind zu sechs kleine runde hier keine ahnung warum das so ist vielleicht wisst vielleicht wisst ihr das rein in die kommentare denn wir haben gar nicht mal so lange gesucht muss ich dazu sagen allerdings haben wir auch sehr spät gesucht liegt es vielleicht daran dass wir sehr sehr spät gesucht haben ich gucke mal denn wir haben hier oben wurde raus geschmissen wurde accepted und ich glaube dass es sogar noch drin ja da oben ist es noch drin vor 16 stunden ein paar kaputte hat drei blatt blüte hier gesucht und ja auch welche hoher besuch wir hatten hohen besuch bei klein spätze mit soos der izo war nämlich kurz mal bei uns und hat auf eine base geübt die wir wohl vorher mal hatten wir haben ja gegen tribe academy also spätze mit soos hat ja tribe academy gematcht in der hcwl mit dem 1111 übrigens trotzdem verloren nach prozenten aber ist nicht so schlimm und da konnte man sich dann an bases erinnern und der izo war dann kurz mal bei uns drüben und hat glaube ich ein bisschen geübt auf die base oder hat sich die mal ein bisschen tiefer angeguckt vor allem was fallen angeht finde ich ganz schick aber ich meine vor 16 stunden jetzt haben wir natürlich was gefunden aber warum sind es jetzt nur fünf mannschaften warum sind es nur fünf mannschaften ich meine normal steht hier unten ja immer 67 jetzt sind es hier nur fünf ist mir ist mir ein rätsel und es ist auch glaube ich kein deutscher club dabei und ich habe auch geguckt alle sind in champ 2 also es ist jetzt keiner dabei der vielleicht aus champ 3 oder so ist weil sie so den rest der datenbank jetzt noch mal so so reingetan haben keine ahnung ist auf jeden fall ein bisschen komisch finde ich zumindest und jetzt haben wir natürlich ein bisschen sorge dass unsere auswechsel spieler oder dass jeder seine acht sterne schafft den maximal sind jetzt zehn sterne wenn ich jetzt von meinen zwei sternen ausgehe hier das maximale aber es ist wirklich ganz ganz komisch aber mal gucken immer gespannt ich will jetzt mal ein bisschen üben ihr seht 18 stunden geht es los das sollte nur auch nur eine kleine kleine info an euch sein dass wir hier denn doch was gefunden haben aber mal was ganz ganz komisches vielleicht gibt es da draußen ja clans denen es ganz ähnlich ergeht die nämlich immer nach vorne ich baue mal eben schon mal nach und die ist ganz ähnlich ergeht irgendwas fehlt da jetzt irgendwas fehlt hier jetzt hexen dinge da neun davon ach so 15 davon ich sehe jetzt gerade nicht was da fehlt aber irgendwas fehlt ich glaube eine volküre fehlt hier noch der fehlt hier noch und keine ahnung muss gleich mal gucken egal also wir haben hier nur 55 gegner vielleicht habt ihr sogar noch weniger oder so keine ahnung aber wie gesagt ich weiß nicht warum wir hier so gematcht worden sind wie es jetzt gekommen ist sollte auch nur eine kurze update folge sein und jetzt kann ich meinen lachflasher fortsetzen und kann mir noch wieder so schöne schöne staats zusammenbasteln also halte ich die ohren steif hat noch einen coolen dienstag und erfreut euch an der zweiten kurzen folge hier bis dahin euer tuto flasht